Was braucht man für einen erfolgreichen E-Shop? Man braucht 600 Quadratmeter Fotowarenlager mit 30 Mitarbeitern, die über 500.000 Teile erfassen und aufarbeiten. 4000 Quadratmeter Fotostudio. Vier Modelbooker, die mehr als 2000 Modelle pro Jahr buchen. 14 Stylisten und sechs Hair- und Make-up-Artisten, die diese Modelle noch hübscher aussehen lassen. 16 Fotografen, die jedes Kleidungsstück perfekt in Szene setzen. Fünf Fotokontakte, die sich um alle Belange des Kunden kümmern. Zwei Kameraleute, die auch diesen Film gedreht haben. Zwei Cutter für den richtigen Schnitt und wir meinen nicht ihre Haare. 60 Kameras, 80 Blitzlichter, 30 Bildbearbeiter, die über eine Million Bilder pro Jahr bearbeiten. Zwölf Texte, die über 24 Millionen Zeichen pro Jahr schreiben. Über 150 Datenserver für mehr als eine Milliarde Bilddaten. Fünf ITler, damit die Shops schnell und sicher sind. Zeit ist Geld, gerade im Online-Business. 40 Web-Entwickler, die mehr als 30 E-Shops mit über 200 Funktionen und Multi-Channel-Lösungen programmiert haben. Und dafür mit über 40 Auszeichnungen belohnt wurden. 10 Back-Office-Entwickler, damit sichergestellt ist, dass mehr als 400.000 Artikel, Daten und Informationen auch da landen, wo sie hingehören. Egal, aus welchem ERP-System sie auch kommen. 20 Designer, die über 40 Online-Shops, 40.000 Newsletter, 20.000 Banner, 40 Shop-Relaunches und 30.000 Werbebanner gestalten und dafür 60 Awards gewonnen haben. 15 Kontakte, die mehr als 30 Kunden jeden Tag beratend zur Seite stehen und jede Shop-Handlung auswerten. 10 Fachberater, die sich darum kümmern, dass auch im Online-Marketing, im Offline-Marketing, im Fulfillment, in der Logistik, im Customer-Care und in den Finanzen alles reibungslos läuft. 10 Grafiker und 3 Produktioner, damit 2 Millionen Shopping-Magazine, 500.000 Lookbooks und 10 Millionen Flyer da landen, wo sie hingehören. Beim Kunden. 10 Controller, Buchhalter und Personaler, damit sowohl beim Thema Manpower als auch kaufmännisch alles im Plus ist. Man braucht schon so einiges an Erfahrung, Leidenschaft, Herzblut, Intelligenz und vor allem Ausdauer für einen erfolgreichen E-Shop. Oder nur eins, den richtigen Partner. Vita. The E-Fashion Company.